Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Game Two. So, da sind wir, bei ZDF Neo. Ach Mensch, gefällt mir hier. Ja, kann sich eigentlich sehen lassen, ne? Genau wie unsere Themen heute, zum Beispiel Cassette Beasts, das Pokémon für die wirklich coolen Kids. Los geht's aber mit Star Wars Jedi Survivor. Da darf jetzt neben Lichtgefuchtel und Blastergeballer auch mehr gerätselt werden. Aber das war nicht das Einzige, was Kuro Kopfzerbrechen bereitet hat. Ist ihm was auf den Kopf gefallen? Ein mehr tonnenschwerer... Gedanke. Kurz bevor der Aufstieg Skywalkers Ende 2019 die Machtrezeptoren der Fans weltweit aufs Heftigste erschütterte, erschien im Oktober ein Star Wars Spiel des Apex Legends Studios Respawn Entertainment. Jedi Fallen Order, vereintes Soulspawn-artiges Laserschwertgedresche mit der Inszenierung und den Kletterpassagen eines Uncharted, in weitläufigen Metroidvania-Arealen. Zwar passte nicht jedes Spielelement so perfekt wie Luke's No-Scope Protontorpedo in den Lüftungsschacht des ersten Todessterns. Trotzdem waren sich die meisten einig. Die Premiere vom frischgebackenen Jedi Cal Castis war eine unterhaltsame Sache. Da kann doch bei Star Wars Jedi Survivor eigentlich nichts schiefgehen. Kritikpunkte des Erstlings ausmerzen, von allem ein bisschen mehr bieten, saubere Technik abliefern und fertig. Das wird doch wohl drin sein, oder? Oder? Doch so einfach ist das Ganze nicht. Schon die Installation hat es in sich. Mit einer Größe von fast 150 Gigabyte gerät die ein oder andere Festplatte bestimmt doller ins Straucheln als ein in Kabeln verhäderter AT-AT. Bei so einem Wonne-Proppen von einem Videospiel, da wird die Grafik doch sicherlich richtig knallen. Moran, ein anständiger Bursch. Nie in alten Zeiten. Ach du Schande. Wir konnten kaum unseren Augen trauen, als wir uns ins Abenteuer von Star Wars Jedi Survivor stürzten. Auf der PlayStation 5 war das Spiel anfangs ein technisches Debakel. Ihr seht es ja selbst. Die Bildrate geht öfter in die Knie als ein loyaler imperialer Offizier vor Darth Vader. Und was ist denn bitte mit der Grafikengine los, dass Kells Bart verstecken spielt, wenn er den Kopf dreht? Und irgendjemand bei Respawn hätte den Wassereffekten ruhig mal sagen können, dass wir seit einigen Jahren im HD-Zeitalter angekommen sind. Als wäre das nicht alles schon ärgerlich genug, gibt's heftige Performance-Einbrüche und Objekte laden stellenweise so spät, dass man dem Moment richtig entgegenfiebert, bis die Texturen endlich erscheinen. Star Wars Jedi Survivor wirkte eine Woche vor der Veröffentlichung technisch so fertig wie der zweite Todesstern bei der Schlacht um Endor. Wir haben schon das Schlimmste befürchtet. Doch zum Glück ist das Pre-Launch-Patch-Squad zur Stelle. Der Release steht kurz bevor und der 100 Millionen Dollar teure Triple-A-Blockbuster ist trotzdem noch ein Trümmerhaufen? Nein, die Community wird mein Spiel zurecht hassen. Das gibt einen Riesen-Shitstorm. Keine Panik! Das Pre-Launch-Patch-Squad kümmert sich auch um ihr Spiel. Egal ob matschige Texturen, schon viel knackiger! Fehlende Effekte? Wasser Marsch! Krass! Bugs oder eine kümmerliche Bildrate? Da kann selbst Digital Foundry nicht meckern! Wir machen jedes Spiel flott. Zögern Sie nicht! Rufen Sie noch heute das Pre-Launch-Patch-Squad! Das Pre-Launch-Patch-Squad erfordert eine funktionierende Internetverbindung und ausreichend freien Festplattenspeicher. Das Pre-Launch-Patch-Squad kann nicht für eine komplett fehlerfreie Veröffentlichung des Spiels garantieren und haftet nicht für gravierende inhaltliche Schwächen des Produkts, sondern versucht nur auf den letzten Meter noch zu retten, was zu retten ist. Das Day Zero-Update kurz vor Veröffentlichung behebt glücklicherweise einige Probleme. Zumindest haben wir den Eindruck, dass das Spiel stabiler läuft und das Bild etwas knackiger ist. Auch einige Grafikfehler scheinen behoben. Komplett rund lief Star Wars Jedi Survivor bis zum Redaktionsschluss allerdings immer noch nicht. Frustrierend. Aber wir haben uns lange genug über die Technik ausgekotzt, kommen wir endlich mal zur Spielmechanik. In bester Tradition einer klassischen Fortsetzung wird das Spielprinzip nicht auf den Kopf gestellt. Euch erwarten immer noch irre viele Kämpfe mit dem Lichtschwert, ausufernde Hüpf- und Kletterpassagen und die Erkundung verschiedener Planeten. Nur wurden die Regler halt überall auf zwölf gedreht. Dazu reicht ein Blick auf Kells Schweizer Taschenlichtschwert. Ja, neben der Doppelklinge und den zwei Schwertern dürft ihr auch konservativ mit nur einem Säbel herumfuchteln. Neu ist die an Kylo Ren erinnernde Parierstange, quasi das Claymore unter den Laserschwertern. Komplettiert wird das Kampfsystem vom unorthodoxen Blaster-Stil. Schwert in der einen Hand, Blaster in der anderen und ab geht der wilde Mix aus Nah- und Fernkampf. Egal für welche Klinge ihr euch aber entscheidet, Jedi Survivor schafft es genau wie der Vorgänger, ein richtiges Jedi-Gefühl zu vermitteln. Das liegt an vielen Kleinigkeiten. Wildes Gehacke, als wärt ihr im Obi-Wan. Ha, führt selten zum Erfolg. Stattdessen ist es ratsamer, mit geschicktem Timing die Gegenangriffe der Sturmtruppler, Droiden oder Monster zu parieren, um dann wie ein Sci-Fi-Samurai effizient und präzise zurückzuschlagen. Dazu kommen die verschiedenen Machtfähigkeiten. Widersacher durch die Gegend zu schleudern, gibt euch ein befriedigendes Gefühl der Überlegenheit. Ja, hui! Oder Blasterschüsse mit eurem Schwert zu reflektieren. Herrlich! Ein weiteres Detail, das das Action-Adventure nicht braucht, aber wir zu schätzen wissen, befindet ihr euch gerade in einem intensiven Kampf. Dann könnt ihr per Knopfdruck kleine Tricks mit eurem Lichtschwert zaubern. Bringt absolut nichts, sieht aber einfach schweinecool aus. Aber dieser taktische Ansatz und das eingangs erwähnte Jedi-Gefühl werden manchmal außer Kraft gesetzt. Gerade dann, wenn ihr deutlich in Unterzahl seid, dann fühlt ihr euch eher so. Die teilweise chaotischen Auseinandersetzungen gab's ja auch schon im Erstling. Und wenn wir gerade bei kritischen Dingen sind, die erneut den Weg in den zweiten Teil gefunden haben, dann müssen wir auch über die Plattform- Passagen sprechen. Chris merkte ja zu Recht in seinem Beitrag zu Jedi Fallen Order an, dass ihr nicht immer superpräzise über Abgründe oder Hindernisse hüpft. Das ist auch hier so, wobei der erlernbare Dash Abhilfe schafft. Und da auf die nervigen Schlitterpartien aus Kells Debüt dankenswerterweise komplett verzichtet wurde, hatten wir auch hier unterm Strich mehr Spaß. Richtig viel Spaß macht das Erkunden in Star Wars Jedi Survivor. Wenn ihr als Kel auf verschiedenen Planeten unterwegs seid, findet ihr gefühlt hinter jeder Ecke eine versteckte Truhe oder andere Kinkerlitzchen. Dabei kommt es vor, dass man gewisse Abschnitte in bester Metroidvania-Manier dank neu erlernter Fähigkeiten mehrmals besucht. Aber ihr stolpert nicht nur über neue kosmetische Gegenstände für Kel, BD-1 oder eurem Lichtschwert. Hin und wieder trefft ihr auf Leute, Schrägstrich Druiden, die Kel dann in Pailuns Saloon schickt, eine Absteige auf dem Planeten Kobo. Z.B. diese beiden hier, die ihr Holostrategiespiel im Saloon aufbauen, das ihr dann auch zocken könnt. Gärtnerin Pili gibt sogar ihr ganzes Hab und Gut auf und wechselt den Planeten nur, damit sie sich auf dem Dach der Bar um ein paar Blumenbeete kümmert. Mensch, dieser Kel muss echt überzeugend sein. Hey, was machst du hier? Du kannst dich einfach in mein Haus reinplatzen. Jo, ich bin Kel und das ist BD-1. Mein Name ist Resalfirn und ich bin gerade am Kochen. Zisch ab! Ja, 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 ja. Pack dein Zeug, du bist jetzt der neue Küchenhansel im Pailuns Saloon. Isst mir Latte! Verschwinde endlich! Du wirst dein bisheriges Leben zurücklassen und Koch im Saloon werden. Ich werde mein bisheriges Leben zurücklassen und Koch im Saloon werden. Aber was ist mit meinem kleinen Sohnemann? Du hast keinen kleinen Sohnemann. Ich habe keinen kleinen Sohnemann. Papi? Es ist schon ein bisschen seltsam, was in dieser Bar abgeht. Man sollte meinen, dass der Kampf gegen das Imperium und eine gefährliche Raiderbande mehr als genug Zeit in Anspruch nimmt. Kel scheint aber trotzdem noch genug Platz auf seiner To-Do-Liste zu haben. Das ergibt zwar gemessen an der bedrohlichen Ausgangssituation wenig Sinn, aber man muss auch mal Prioritäten setzen. Gegen die dunklen Mächte und bei der Suche nach einem sagenumwobenen Planeten den eigenen Hals riskieren oder andere im Holostrategiespiel abziehen und Preise abstauben. Also wenn ich Kel wäre, wüsste ich, wofür ich mich entscheiden würde. Du kannst sie nicht vom Tisch fägen. Das sind die Rämme. Der regelmäßige Barbesuch ist aber auch keine totale Zeitverschwendung, weil die Stammbesucherinnen und Besucher gelegentlich Gerüchte ausplaudern, den Kel nachgehen kann. Das sind in dem Fall einfach nur kleinere Nebenmissionen auf Kobo, dem Hauptschauplatz von Star Wars Jedi Survivor. Das merkt ihr auch daran, dass auf diesem Planeten einfach mehr los ist. Überall gibt es interessante Orte und Sehenswürdigkeiten, die den Entdeckerreiz kitzeln. Die Karte hilft dabei leider nur bedingt. Zwar zeigt sie an, welche Areale ihr noch auschecken könnt, ist aber oftmals ziemlich unübersichtlich. Jedi Survivor profitiert natürlich ungemein davon, dass es ein Star Wars Spiel ist. Glücklicherweise ist der Lizenzanstrich nicht einfach nur Mittel zum Zweck. Das Spiel bedient sich großzügig am reichhaltigen Star Wars Fundus und verbaut diverse Elemente aus der Ära der Klonkriege, was durchaus wohlige Erinnerungen an die Prequel-Trilogie aufkommen lässt. Aber auch das Zeitalter der Hohen Republik ist ein zentrales Element der Handlung. Und bevor ihr jetzt wütend zur Lasermistgabel greift, ja, über die Qualität der Prequel-Filme lässt sich herrlich streiten. Aber Jedi Survivor schafft es auf liebevolle und stellenweise urkomische Art, diesen Part der Star Wars-Historie mit dem Action-Adventure zu verflechten. Unser persönliches Highlight sind die Unterhaltungen und Monologe der Kampfdroiden. Da hört man doch gerne zu. An mir kommt niemand vorbei. Jedenfalls nicht ohne ein Einschussloch. Bevor man... Nun ja. Das ist einfach Star Wars. Und das macht Laune. Wer den ersten Teil mochte, darf sich darüber freuen, dass viele bekannte Charaktere wieder am Start sind und sich weiterentwickelt haben. Kel, lass dich drücken, du Sohn eines... Auch Kel ist cooler. Das liegt nicht an den geilen Bärten, die ihr ihm anpappen könnt, sondern auch seine verbissene Einstellung und seine Unermüdlichkeit im Kampf gegen das Imperium verleihen ihm deutlich mehr Charakter. Genau das, was er nach dem ersten Teil gebraucht hat. Generell ist die Handlung spannend und bietet gerade in der zweiten Hälfte einige hervorragende Momente. Da verzeiht man der Fortsetzung auch, dass die Erzählung nicht immer vollendschlüssig ist. Was auch daran liegt, dass die Inszenierung einiger Zwischensequenzen kleine Schwächen hat. Es gab ein, zwei Stellen im Spiel, die uns verwirrt zurückließen. Man kann sich natürlich die Zeit nehmen und in der Datenbank die Kapitelzusammenfassungen nachlesen. Hey, tu mir den Gefallen und lass es einfach. Okay. Ich bekomm wieder Bauchschmerz. Na gut. Der zweite Teil ist eben nicht ganz das Videospielpendant zu Das Imperium schlägt zurück, aber ein sehr unterhaltsames Star-Wars-Abenteuer geworden. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu den News. Na, habt ihr Lust auf einen kleinen Shitstorm? Letzte Woche erschien nämlich der neueste DLC zu Horizon Forbidden West Burning Shores und prompt ist eine hitzige Debatte entbrannt. Der Grund dafür ist, Achtung, kleiner Spoiler, ein optionaler Kuss zwischen Protagonistin Aloy und einer anderen Frau. Spielerinnen und Spieler boykottierten daraufhin den Titel, indem sie dem DLC auf Plattformen wie Metacritic mit Verweisen auf die langweilige Geschichte oder der LGBTQ-Plus-Propaganda schlechte Bewertungen gaben. Sony und Entwicklerstudio Guerillagames wird vorgeworfen, diese Beziehung nur für ihr gutes Image eingebaut zu haben. Nach dem Review-Bombing hat sich Metacritic selbst zu Wort gemeldet, die sich zukünftig um striktere Moderationen bemühen wollen, um schneller gegen beleidigende oder diskriminierende Bewertungen vorgehen zu können. Weder Sony noch Guerillagames haben sich bisher dazu geäußert. Stattdessen gaben sie bekannt, dass Studioleiterin und ausführende Produzentin Angie Smets nach fast 20 Jahren zu den PlayStation Studios wechselt. Die neue Spitze von Guerillagames besteht jetzt aus Joel Eschler, Hella Schmidt und Jan-Barth van Beek. Die Ankündigung verrät aber auch, dass das Studio nicht nur am Online-Multiplayer-Modus zu Horizon arbeitet, sondern möglicherweise auch schon Pläne für den dritten Teil hat. Zwar gab es auch schon vorher Andeutungen auf ein weiteres Spiel rund um Aloy und mechanische Dinos, mit dem Blogpost hat Guerillagames diese Vermutung aber jetzt indirekt bestätigt. Falls euch das noch nicht genug Diskussion war, gibt's jetzt hier die nächste, und zwar über die superrealistischen Bilder im Trailer vom Shooter Unrecord. Über das Spiel ist bisher nicht viel bekannt. Man schlüpft in die Rolle eines Polizisten und erlebt alles aus der Sicht seiner Bodycam. Die realistische Inszenierung löste aber auch einige Diskussionen aus. Viele zweifelten an, dass es sich dabei um Bilder aus einem Videospiel handelt. Dafür sähen die gezeigten Szenen zu echt aus. Stattdessen war die Vermutung, es würde sich lediglich um zusammengeschnittene Bodycam-Aufnahmen oder eine Tech-Demo handeln. Auch beim zweiten Diskussionsthema ist die realistische Grafik der Dreh- und Angelpunkt. Die gezeigte Gewalt wirkt auf viele dadurch sehr verstörend. Vor ein paar Tagen meldete sich dann Alexandre Spindler zu Wort, der Creative Director und Lead-Programmer. Um die Echtheit der Ingame-Grafik zu beweisen, zeigte er Screenaufnahmen seines Bildschirms. Darauf zu sehen ist, wie er sich innerhalb der Unreal Engine im Level des Spiels bewegen kann. Außerdem zeigt er noch den direkten Vergleich zwischen Animation und Ingame anhand der Waffe. Auch zum Rest meldete sich das Studio mit einem Text an die Masse. Dremmer hat Verständnis für alle, die von dem gezeigten Ingame-Footage geschockt sind. Weiterhin wird betont, dass sie unerwünschte Themen wie Diskriminierung, Rassismus und Gewalt gegen Frauen und Minderheiten vermeiden würden. Außerdem bitten sie darum, dem Ganzen etwas Vertrauen zu schenken. Immerhin werde anderen Medienbereichen wie z.B.Filmen auch das Vertrauen geschenkt, eine gute Detektiv- oder Polizeigeschichte zu erzählen. Detailliertere Informationen über Story- oder Gameplay-Mechaniken gibt es aber bislang noch nicht. So, genug debattiert, jetzt geht's in den Schnelldurchlauf. Also, schnallt euch an und ab geht's in den Ticker. Star New Valley. Der Live- und Farming-Simulator Star-Doo Valley soll demnächst mit Update 1.6 neue Inhalte bekommen. Entwickler Eric Barone zieht sich dafür erst mal von seinem neuen Projekt Haunted Chocolatier zurück, arbeitet aber nach dem Update weiter am neuen Spiel. Bye Bye 343. Joseph Staten, Creative Director von Halo Infinite, verlässt 343 Industries. Unter Fans gilt er als Ikone, da er schon seit dem ersten Teil an der Reihe mitgewirkt hat. Als Creative Director arbeitet er jetzt bei Netflix an einem neuen Triple-A-Titel. Übernahme Stopp. Die britische Kartellbehörde CMA lehnt die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ab. Als Grund nennen sie die daraus resultierende zu starke Marktstellung des Tech-Giganten, vor allen Dingen im Bereich Cloud-Gaming. Zu Ende ist das Ganze aber trotzdem noch nicht. Activision-Blizzard-Chef Bobby Kotick will Einspruch einlegen. Übernahme go! Sega hat sich für ungerechnet 708 Millionen Euro Rovio Entertainment eingesackt. Rovio hatte 2009 großen Erfolg mit dem Mobile-Spiel Angry Birds, das seitdem sogar zwei Filme hervorgebracht hat. Das gab es Sony. US-Senator Kevin Kramer äußerte in einem offenen Brief an Sony Bedenken darüber, dass sie aufgrund ihrer deutlichen Marktführung und der vielen Exklusivtitel wettbewerbswidrig handeln würden. In diesem Zusammenhang stellte er diverse Forderungen, doch Sony nahm dazu bisher noch keine Stellung. Die Games können kommen. Los geht! Der Ticketverkauf für die Gamescom 2023 ist gestartet. Kurze Zeit später ließ auch Nintendo verkünden, dieses Jahr als Aussteller zur Messe zurückzukehren. Coole Sache! Im neuen Showcase zu Street Fighter 6 haben wir nicht nur Bilder zu neuen Open World gesehen, sondern auch krasse neue Gegner, wie beispielsweise Kühlschränke. Heftig! Und damit haben wir dann auch das Wichtigste aus den vergangenen zwei Wochen aufgeholt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Das Spielejahr 2023 ist schon ordentlich am Brodeln. Hört aber einfach nicht auf, Kohlen ins Feuer zu schmeißen. Nach den zig Hochkarätern, die wir dieses Jahr schon serviert bekommen haben, steht schon der nächste Knaller vor der Tür. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und was ihr vom neuen Zelda erwarten dürft, das kann euch jetzt Trant sagen. Der hat's nämlich schon anspielen können. So ist es. Guckt, ich hab auch ein Selfie bei Nintendo gemacht. Doch gleich zum Einstieg will ich sagen, dass es bei der rund 90-minütigen Anspiel-Session weder um die Welt noch um Bosse oder irgendwelche Story-Details ging. Stattdessen lag der Fokus komplett auf linksneuen Magiefähigkeiten, die bereits vor einigen Wochen von Zelda-Producer Eiji Aonuma vorgestellt wurden und die das Gameplay maßgeblich prägen werden. Namentlich sind das die Fähigkeiten Ascent, Recall, Fuse und Ultrahand. Was es mit denen auf sich hat, will ich schnell zusammenfassen. Mit Ascent lasst ihr Link zu Plattformen über sich aufsteigen und durch sie hindurchschlüpfen. Die Recall-Fähigkeit befördert sich bewegende Objekte zurück an ihren Ursprungsort und mit dem Fuse-Befehl lassen sich unzählige Gegenstände mit Linkswaffen verschmelzen. Die Ultrahand-Magie ist die vielseitigste der vier, denn damit lassen sich nicht nur alle möglichen Dinge heben, bewegen und drehen, sondern auch zu komplexeren Gerätschaften zusammensetzen. Und jetzt, wo wir alle auf einem Nenner sind, kann ich einordnen, wie sich das gespielt hat. Zunächst einmal war ich unheimlich beeindruckt von den Freiheiten, die mir diese Skills gegeben haben. Denn soweit ich das erleben durfte, schreibt mir das Spiel nie vor, wie ich eine Situation zu bewältigen habe. Ein Beispiel. An dieser Stelle musste ich den Turm auf dem Hügel erreichen. Ich konnte ganz normal die Treppen hinaufsteigen und die Bokoplins vertrimmen. Ich konnte aber auch via Ascent-Fähigkeit die Treppen umgehen, um einen Feind von hinten zu überraschen. Was zwar nicht so gut klappte, doch dank der Recall-Magie habe ich das Schießpulverfass, das er auf mich werfen wollte, einfach zu ihm zurückgeschickt. Und als ich dann in der Hügelfestung eine auf die Nuss bekam und wieder von vorne beginnen musste, dachte ich mir, ich probier mal was ganz anderes. Ich holte aus meinem Inventar Heißluftballon, Ventilator und Flammenwerfer, klebte den ganzen Kram auf eine Plattform und flog damit einfach über die ganzen Feinde hinweg, hin zum Turm. Wie cool! Dass dieser waghalsige Plan tatsächlich funktionierte, gab mir schon ein besonderes Erfolgsgefühl. Eben weil diese Lösung meiner Kreativität entsprang und mir nicht durch ein festes Schema aufgezwungen wurde. Deshalb denke ich, dass dieses Ultra-Hand-Feature eine Bereicherung ist. Wenngleich ich noch leichte Vorbehalte habe. Denn zum einen ist die Bastelei in der Handhabung etwas kompliziert und ob sich die Eigenkreation bei der Benutzung so verhalten, wie man das will, weiß man auch erst hinterher. Es wird sich also erst zeigen müssen, ob man nach längerer Spielzeit eine gewisse Bastelroutine entwickelt und das Ganze dann besser flutscht. Ein ähnliches Vorab-Fazit will ich dann auch zur Fuse-Fähigkeit ziehen. Wie erwähnt, wird die genutzt, um Waffen mit Dingen zu verschmelzen, zum Beispiel ein Bokoplinhorn mit einem Holzstock. Derlei Verschmelzungen sind wichtig, um Angriffskraft und Stabilität der Waffen zu erhöhen oder auch um Gegner mit negativen Effekten zu belegen. Skeptisch bin ich noch bei der Ausführung des Verschmelzens. Ein Pfeil mit einer Bombenblume zu bestücken, ging zwar noch sehr einfach, nämlich indem ich bei gespanntem Bogen das Quick-Menü öffnete und dann das entsprechende Objekt zum Verschmelzen auswählte. Easy. Doch bei Schild und Schwert war mir der Vorgang zu umständlich. Menü öffnen, zum Objekt scrollen, Objekt fallen lassen, Fuse-Befehl wählen und dann noch die entsprechende Taste für Schild oder Schwert drücken, das war meiner Meinung nach zu viel Fummelei. Und es schien mir auch kaum möglich, diesen Vorgang mitten im Kampfgetümmel auszuführen. Somit bleibt mir vorerst nur die Hoffnung, dass mir mit längerer Spielzeit diese Verschmelzungen, die wie gesagt recht wichtig zu sein scheinen, leichter von der Hand gehen werden. Trotzdem bin ich von den Möglichkeiten, die mir diese Skills eröffnet haben, ziemlich begeistert. Und ich bin mir sicher, dass nach Release YouTube voll sein wird mit Videos über verrückte Konstruktionen und Physikexperimente. Aber weil Tears of the Kingdom anscheinend nach dem Motto Alles kann, nix muss designt wurde, wird's meiner Meinung nach auch Leuten zusagen, die mit Bastelkram nicht so viel am Hut haben. So viel zu meiner frühen Einschätzung, alles weitere wird sich dann im Test in zwei Wochen zeigen. Die Pokémon-Formel zu kopieren wurde zwar oft versucht, gut funktioniert, hat es aber eher selten. Davon will sich das kleine Bittenstudio, das lediglich aus zwei Personen besteht, aber nicht abschrecken lassen. Der Plan mit Cassettebeasts soll das festgefahrene Monstersammelgenre nun endlich revolutioniert werden. Tja, die große Frage ist natürlich nur, wie, Nils? Ja, danke, dass du mich fragst, Sophia, denn ich hab überhaupt keine Ahnung, ich hab Leute, die das für mich machen. Am besten funktioniert das mit innovativen Ideen und davon gibt es in Cassettebeasts schon mal einige. Die erste lässt sich auch direkt im Namen erkennen. Ihr fangt die Monster hier nämlich nicht etwa mit einem Lasso oder einem Taschenball, sondern mit Kassetten. Oh, und falls jetzt einige jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wissen, was das sein soll, hier eine kurze Erklärung. Die Magnetkassette oder auch Musikkassette ist ein antiker Tonträger, der vor vielen, vielen Jahrzehnten zum Abspielen und Aufzeichnen von Tonsignalen verwendet wurde. Als Wiedergabegerät war ein sogenannter Kassettenrekorder notwendig, der die Töne wiederum meist in Form von Musik ausspielte. Und mit diesen uralten Tonaufzeichnungsgeräten fangt ihr nun die Kreaturen. Wobei Einfang eigentlich gar nicht stimmt, denn mit eurem magischen Walkman, also so einem Teil hier, wow, zeichnet ihr die Monster eigentlich nur auf und könnt euch im Anschluss selbst in diese verwandeln. Genau wie bei Pokémon gelingt die Tonaufnahme aber nur, wenn ihr die Bestien vorher auch ordentlich vermöbelt. Macht aus spielerischer Sicht natürlich absolut Sinn. Logisch ist das aber weniger. Schönen guten Tag, kurze Meinungsumfrage, was passt denn besser zu Pommes, Ketchup oder Mayo? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht... Entschuldigung, da hatten wir ein kurzes Störsignal, aber jetzt müsste es gehen. Also Ketchup oder Mayo? Ähm, ja, ich würde sagen... Ah, nee, immer noch nicht. Moment. Ah, mein Bein ist... Ja, jetzt ist perfekt. Super, vielen Dank. Schönen Tag noch. Verschissener Fuck. Ob logisch oder nicht, die Monstersammelei ist definitiv motivierend. Das liegt natürlich auch an den Monstern selbst, deren Designs sich auf erfrischende Weise von den allseits beliebten Taschenmonstern abheben. Da hätten wir zum Beispiel die Verkehrskrabbe, den Terrorkocher oder unser absoluter Liebling Gin Tonic. Es ist nicht gut, Gang. Was ist nicht gut? Wenn man zu viel Alkohol trinkt. Die Kassettenbestien nehmen sich selbst nicht so ernst und setzen oft lieber auf Humor statt übertriebene Knuffigkeit. Für uns genau der richtige Ansatz, um sich von Gamefreaks-Werken abzugrenzen. Trotzdem kommt auch Cassette Beasts nicht um einige Standards des Genres herum. So gibt es auch hier eine Art Professor, der möchte, dass ihr alle Monster aufzeichnet und natürlich können sich eure Bestien auch weiterentwickeln. Heißt hier nur Remastern. Ach, und besonders seltene Shiny, ich mein natürlich Bootleg-Monster in alternativen Farbvarianten, gibt es auch. Ja, dagegen spricht gar nichts. Das Kampfsystem bringt hingegen einige frische Ansätze mit. Grundlegend ist es rundenbasiert und es treten meist auf beiden Seiten je zwei Monster an. Interessant wird's mit der Auswahl der Attacken. Die kosten nämlich je nach Stärke unterschiedlich viele Punkte und pro Runde steht euch nur eine begrenzte Anzahl davon zur Verfügung. Zu Beginn eines Kampfes könnt ihr so auch noch nicht eure heftigsten Moves benutzen. Mit jeder neuen Runde bekommt ihr weitere Angriffspunkte dazu, weshalb ihr jedes Mal genau überlegen müsst, womit ihr angreift. So sind die Schlachten taktisch und manchmal auch ganz schön knackig. Damit das Ganze aber nicht frustrierend wird, habt ihr noch eine weitere Option, die Fusionen. Damit könnt ihr zwei beliebige Monster vereinen und ein völlig neues entstehen lassen. Das ist nicht nur deutlich stärker, sondern verfügt auch noch über sämtliche Fähigkeiten und Attacken der Vorgänger. Außerdem kassiert das Supermonster jede Runde doppelte Angriffspunkte, womit es häufiger seine stärksten Attacken um sich feuern kann. Fusionen könnt ihr aber nur nutzen, wenn dieser Balken hier voll ist, was schon mal länger dauern kann. Die Fusionen sind eine wirklich spannende Sache, weil wir jedes Mal neugierig auf deren Ergebnisse waren. Da es über 14.000 verschiedene Kombinationen gibt, sollte es in der Theorie so schnell auch nicht langweilig werden. In der Praxis waren wir aber auch öfter mal unterwältigt, da manche Fusionen eher nach billigem Zufallsgenerator aussahen. Die letzte große Mechanik und vielleicht auch die wichtigste sind die Wechselwirkungen zwischen den Monstertypen. Wer Pokémon kennt, erwartet wahrscheinlich ein ähnlich simples Steinschere-Papier-Prinzip. Also Feuer ist zum Beispiel effektiv gegen Pflanze, aber schwach gegen Wasser. Mit Vorwissen und Logik kommt ihr aber nicht weit, da einerseits zu den gängigen Typen noch Elemente wie Plastik, Glas oder Glitter dazukommen und die Wechselwirkungen andererseits noch massenhaft Bonus-Effekte auslösen können. Das ganze System ist so komplex, dass es schon fast einen Doktortitel braucht, um alles zu verstehen. Ah, zwei Spuk-Onner gegen Artillerex. Ja, das ist ein Klassiker. Ja, sieht aus wie eine Transmutation, würde ich sagen. Also, hier ist Folgendes passiert. Eismonster wie Spuk-Onner schmelzen, wenn sie von einer Feuerattacke getroffen werden und transmutieren dann zu einem Wassertyp. Das ist ziemlich gefährlich, denn wenn der Wassertyp jetzt einen Feuertyp angreift, dann werden die Flammen gelöscht von Artillerex, ist ja ein Feuermonster und das senkt wiederum Fern- und Nah-Angriffswerte. Jetzt darf nur auf keinen Fall... Um Gottes Willen! Wenn Wassermonster von einer Feuerattacke getroffen werden, verdunstet das Wasser, was wiederum einen passiven Heildampf-Buff auslöst und das heilt Spuk-Onner jede Runde. Oh je, das klingt ja gar nicht gut. Nee, ist es auch nicht. Controller, schnell! Glücklicherweise befindet sich das Astralmonster Bogtasma im Team. Wir können jetzt also mit einer Astralattacke das Wassermonster angreifen, was für einen AP-Abzug sorgt. In der Zwischenzeit wechseln wir aber Artillerex mal aus mit einem Elektromonster. Arkit ist im Team, okay, das nehmen wir rein. Wasser leitet ja bekanntermaßen Elektrizität. Wenn wir jetzt Spuk-Onner mit einer Elektroattacke angreifen, dann wird Spuk-Onner leitend. Das bedeutet, Spuk-Onner bekommt jede Runde passiv Schaden. Wahnsinn. Ja, das war es jetzt aber noch nicht. Greift Spuk-Onner jetzt Arkit mit einer Wasserattacke an, dann bekommt Arkit zusätzlich noch den Buff Multiziel, wodurch Arkit beide Monster gleichzeitig treffen kann. Wenn wir jetzt noch mal eine Elektroattacke machen sowie stürmen, dann greifen wir an und gewinnen den Kampf. Wirklich beeindruckend, Doktor. Das ist mein Job. Fick dich. Ja, das ist schon ordentlich Stoff, der uns anfangs auch ganz schön überfordert hat. Nach einer längeren Eingewöhnungszeit entfaltet sich so aber noch mehr taktische Tiefe, die uns wirklich gut gefallen hat. Trotzdem wäre vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger mehr gewesen. Genau richtig ist aber die offene Spielwelt. Die ist im Grunde auch von Anfang an geöffnet. Nur ein paar natürliche Hindernisse wie Wasser oder Berge versperren euch gelegentlich den Weg. Um die zu überwinden, müsst ihr Fähigkeiten wie Gleiten, Stürmen, Schwimmen oder Klettern erlernen, für die ihr bestimmte Monster braucht. Es ist nur gar nicht so leicht, herauszufinden, welche Kreatur denn jetzt genau benötigt wird. Zwar erfahrt ihr von manchen Monstern durch Gerüchte in der Stadt. Es kann aber auch vorkommen, dass ihr ein Fähigkeiten-Monster komplett überseht. Wir haben zum Beispiel erst sehr spät im Spiel schwimmen gelernt, weil wir diesen drolligen Tauchhund lange nicht gefangen haben. Besitzt ihr aber irgendwann alle Fähigkeiten, macht es Spaß, die Welt zu erkunden. Neben schicken Schauplätzen wie diesem Kirschblütenwald oder diesem verlassenen Einkaufszentrum gibt es an jeder Ecke kleinere Rätsel, die uns gut bei der Stange gehalten haben. Die Story hingegen war eher unspektakulär. Gefühlt wie in jedem zweiten Rollenspiel landet ihr plötzlich am Strand einer unbekannten, mysteriösen Welt. Euer Ziel ist es, einen Weg zurück nach Hause zu finden. Dabei stellen sich euch neben einer finsteren Organisation, bestehend aus bleichen Immobilienmaklern, noch Erzengel-Supermonster und dieser komische Dreieckskopfmann in den Weg. Die Handlung ist zwar gespickt mit witzigen und durchaus auch düsteren Momenten, wirklich spannend war sie aber nicht. Interessanter waren das schon die Unterhaltungen mit unseren Teamkolleginnen und Kollegen. Da die ebenfalls gestrandet sind, aber teilweise aus Parallelwelten stammen, gab es häufiger unterhaltsame Momente. Gespräche mit eurem Team lohnen sich außerdem, weil sich die Bindung zwischen euch stärken kann, was wiederum eure Fusionen verbessert. Erwartet aber auch hier keine komplexen Dialoge mit zig Antwortmöglichkeiten. Meistens gibt es genau zwei, die in der Regel inhaltlich identisch sind. Das Flü... Hm. Wir fassen zusammen, die Kassettenbestien haben es geschafft, sich mit ihren kreativen Monster-Designs und einem komplexen Kampfsystem eine eigene Identität im Genre zu schaffen. Auch wenn uns die Geschichte nicht wirklich gepackt hat, war sie dennoch charmant verpackt, humorvoll erzählt und spielerisch gibt es auch reichlich frische Ideen. Wer also mal eine gelungene Abwechslung vom üblichen Pokémon-Einheitsbrei sucht, wird mit Cassette-Beasts definitiv nicht enttäuscht. Wie sehr freust du dich, dass die Outtakes wieder da sind? Das klingt ja gar nicht gut. Nee, ist es auch nicht. Nee, ist es auch nicht. Controller, schnell. Wo sind wir hier? Du kannst nicht einfach in mein Haus reinklassen. Du bist ein Gangster? Ja, ja, wer denn? Wo ist dein Bandsack? Dein BNB? Weiß ich, ne? Ja. Wiederschauen! Reingehauen!